Conformis IUNI G2 wurde für Patienten mit vereinzelt auftretendem arthritischen Knieschaden entwickelt. Dieses Unicom-Partimentelle Medizinprodukt bietet Chirurgen große Varianten und Optionen für teilweisen Knieoberflächenersatz. Alle von Computertomographien von dem Knie des individuellen Patienten gestaltet. IUNI ermöglicht Chirurgen und Patienten bessere knochenerhaltende Optionen durch Bereitstellung eines Implantats, wodurch die Notwendigkeit für invasive Operationen verhütet oder verzögert wird. Ein patientenspezifisches Implantat, das nur von Conformis erhältlich ist. Am 29. Juni können Sie um 17 Uhr mitteleuropäische Zeit auf OR Live mehr über den nächste Generation patientenspezifischen Knieoberflächenersatz mit Conformis IUNI G2 erfahren.